Das Geheimnis der gefiederten Schlange Vierter Teil Das Geheimnis der gefiederten Schlange Auf dem Pfad der Götter Von Beginn meiner Zeit bei den Heilern hatte ich gemutmaßt, dass diese Leute einer ganz besonderen Religion angehörten. Es war, als hätten sie eine eigene Bruderschaft. Ich hatte den Eindruck, als wäre ich an ernsthaft praktizierende Katholiken geraten. Wenn sie nicht so deutlich auf das Heilen ausgerichtet gewesen wären, hätte man sie leicht vor Kapuzinermönche halten können. In Donna Silvias Haus gab es einen Altar, der reichlich mit Weihbildern von ihren Schutzheiligen ausgestattet war. Sie hatte außerdem die Angewohnheit, den Rosenkranz zu beten. Sie gingen regelmäßig zur Messe, beachteten die religiösen Feiertage und feierten häufig die Feste der Heiligen. Wir gingen sogar in andere Städte zu religiösen Feiern. Ich mochte das nicht besonders, hielt es aber für ganz normal. Ich war so konditioniert, dass ich sie für fromme Leute hielt. Die Heiler waren mit Pater Ignacio Royas befreundet, einem kleinen und lustigen Mann. Das Beste an Pater Ignacio war, dass er sehr wohlwollend auf die Heilkunst und auf die Gesundheit seiner Herde sah. Gelegentlich schickte er Patienten zur Behandlung. Im Gegenzug gaben sich Donna Silvia und andere Frauen der Gruppe anderen gegenüber als Verwandte aus und sie gehörten zu der Gruppe, die die Kirche putzte und in Ordnung hielt. Die Heiler erzählten mir, dass sie zu den Pilgern der Gemeinde gehörten und sie wollten, dass ich sie auf ihren Wanderungen zu heiligen Orten begleitete. Ich antwortete, dass ich noch nicht gesund genug sei, obwohl es mir schon viel besser gehe. Sie sagten mir, dass ich, wenn ich bei ihnen bleiben wolle, mich ihren Sitten anpassen müsse. Bei den Zauberern gab es ein Sprichwort. Es gibt nichts umsonst und wenn du etwas lernen willst, dann musst du dir die Hände schmutzig machen. Widerwillig beteiligte ich mich an ihren religiösen Bräuchen. Sie ließen mir keine andere Wahl. Manchmal fühlte ich mich wie ein aufsässiges Kind, das gezwungen wurde, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Jedes Mal, wenn ich sie auf einer Pilgerreise begleitete, brachten sie mir den christlichen Aspekt der Sache nahe. Sie taten das auf eine solche Weise, dass ich verstehen konnte, was tatsächlich bei solchen Festivitäten geschah. Zu dieser Zeit war ich zwar schon bei vielen traditionellen Zeremonien dabei gewesen, dennoch war ich immer noch der Meinung, dass dies alles Varianten waren, die von der katholischen Kirche akzeptiert wurden. Einmal gingen wir zu einem Fest, das in einer anderen Stadt stattfand. Die Zeremonien fanden im Anschluss an einen anstrengenden Fußmarsch statt. Ich bemerkte, dass hier abseits der christlichen Riten Rituale aus der alten Kultur abgehalten wurden und dass diese sich von den katholischen Bräuchen unterschieden. Ich bezweifelte, dass diese Praktiken von der Kirche zugelassen wurden. Danach hegte ich den Verdacht, dass etwas sehr Merkwürdiges vor sich ging. Manchmal waren die langen Tages- und Nachtwachen sehr ermüdend. Durch meine Beteiligung an den Pilgerreisen entdeckte ich, dass die Teilnehmer sich hinter ihrer katholischen Fassade einen starken Bezug zur vorspanischen Kultur bewahrt hatten. Ich stellte fest, dass ihre Praktiken sehr alte Bestandteile enthielten, nicht nur in der Art und Weise, wie sie die vier Elemente anriefen, sondern auch, wie sie die Kirche mit Räucherharz reinigten. Ich bemerkte ebenso, dass sich ihre Gebete veränderten. In der spanischen Sprache beteten sie zu christlichen Heiligen, aber in der alten Sprache beteten sie zu ihren Göttern. Anfangs hatte sie mir erklärt, dass es eine volkstümliche Tradition sei, doch es war leicht zu sehen, dass es sich um tief verwurzelte Eigenschaften handelte. Ihre Bekleidung und ihre Zeremonien hatten die Farbe und den Geschmack von Altertum. Während dieser Feiern, doch ohne innere Beteiligung, lernte ich viele Lieder und Gebete in beiden Sprachen. Zu dieser Zeit verstand ich die Bedeutung der Worte, die ich wiederholte, noch nicht. Doch als ich ihre Lieder wirklich in mich aufnahm und ihren Geschichten zuhörte, begann ich die Wichtigkeit zu verstehen, die sie für ihre heilige Welt hatten. Ich lernte jedes der Gebete und sie führten mich zu einer neuen Sichtweise ihrer Welt, in der die Aussagen ihrer Rituale sich von denen unterschieden, die ich aus meiner Welt kannte. Ich fragte Don Melchior nach dieser Mixtur aus der katholischen Religion und den alten Überlieferungen. Er antwortete, dass alles genau so zu akzeptieren sei, wie es ist. Diese Antwort bräuchte keine weitere Erklärung. Aber einige Tage später kam er auf das Thema zurück. Er begann damit, dass der Krieg zwischen den Concheros und der Religion, die ihnen von den europäischen Kolonisten aufgezwungen wurde, noch nicht vorbei sei. Die Concheros tanzen ihre Tänze jedes Jahr vor der katholischen Kirchen, um alle daran zu erinnern, dass die Invasoren zwar ihr Land gestohlen hatten, dass aber der indigene Geist nicht besiegt und der Kampf noch nicht beendet seien und dass der Krieg fortgesetzt werde. Er sagte, wegen der Härte dieser Epoche verbündeten sich die Überlebenden der Invasoren mit der katholischen Kirche. Dadurch wurden die Leben Tausender gerettet. Die Kirche schuf eine Zuflucht für die Indianer vor dem wahllosen Abschlachten durch die Konkursatoren. Unsere Ahnen waren Hunderte, vielleicht Tausende von Jahren dem Fluss der Energie gefolgt. Sie waren nicht bereit, ihre Traditionen so leicht aufzugeben. So nahmen sie die katholische Religion an, als einen Weg, ihren Bräuchen treu zu bleiben. Sie gaben diese Strategie über Generationen hinweg an uns weiter. Diese Strategie behindert unsere Praktiken nicht. Im Gegenteil, sie vervollständigt sie. Ich sagte ihm, ich glaube gerade das Gegenteil. Ich dachte, dass sie ihre Wurzeln verloren hätten, indem sie die katholische Religion übernahmen. Das ist nicht der Fall, sagte er. Ein Beispiel für den Erfolg dieser Strategie ist, dass noch heute die Tänzer bei jedem religiösen Fest in Mexiko dabei sind. Heisst das, dass all diese Tänzer Zauberer sind, fragte ich. Er schüttelte langsam mit einem Anflug von Traurigkeit den Kopf und antwortete, Nein, das will ich damit nicht sagen. Unglücklicherweise haben fast alle, die ich getroffen habe, den Weg verloren. Nur sehr wenige, die Bescheid wissen, sprechen darüber. Aber es gibt trotzdem noch einige, die das Wissen bewahren. Die Wahrheit ist, dass die Menschheit nicht einmal weiß, was sie tut, wenn sie zu den Festen geht. Das ist auch nicht wichtig, weil sie die Kontinuität der alten Tradition fortführen, wenn sie den Weg des Heiligen Kreuzes beachten, der in Wirklichkeit der Weg der Energie ist. Heutzutage hat die Mehrheit der Menschen vergessen, weshalb die Religion ursprünglich angenommen wurde, nämlich um den alten Wegen eine Zuflucht zu bieten. Jedes Mal, wenn wir uns versammeln, gibt es weniger von uns, die über die heiligen Pilgerreisen Bescheid wissen und über die Gründe, warum wir an diesem Ort uns versammeln. Tatsächlich sind nur noch wenige von uns übrig, einschließlich einiger Brüder des Stammes der Huicholes. Er fuhr fort mit seinen Erklärungen und sagte, In der Zeit der Konquista fanden die Herrscher der Azteken, die Tlatoanis, einen Weg, die katholischen Priester zu überzeugen, ihre Kirchen und christlichen Bauwerke auf exakt den Orten zu erbauen, an denen ihren Überlieferungen nach die Energie an bestimmten Zeitpunkten des Jahres zusammenfloss. Die christlichen Priester jener Zeit waren vom Glauben und der Frömmigkeit dieser Eingeborenen beeindruckt, die Kapellen zur Verehrung von Heiligen aus dem Kanon der kirchlichen Liste erbauten, Heilige, die nicht einmal den Priestern bekannt waren. Das war die Pirschstrategie, die diese Zauberer benutzten. Man nannte diese Männer Trickser oder Fallensteller. Dies war ihr Weg, ihre Praktiken weiter ausüben zu können, ohne bestraft oder getötet zu werden. Im Zuge der Invasion mussten sie ihre Bräuche verkleinern und sie weiter ausüben zu können. Sie nahmen das Christentum nicht als Religion an, sondern als einen Weg ihrer Tradition treu zu bleiben. Für diese Zauberer, die dem Fluss der Energie folgten, zählte nur, dass der Ort und der Zeitpunkt des Energieflusses mit dem Ort der Kirche und dem Datum des Festtages übereinstimmten, an dem Heilige geehrt wurden, und dann gaben sie ihren Göttern andere Namen. Wie benannten sie sie um, fragte ich. Sie ersetzten die Namen der Götter durch entsprechende Namen von Heiligen und die Zeiten des Energieflusses durch die Daten von Festen aus dem katholischen Kalender. Auf diese Weise änderten sie ohne Bedenken die Namen ihrer Götter in die Namen irgendeines Heiligen, dessen Feiertag auf einen Zeitpunkt fiel, an dem sich nach dem alten Kalender die Energie entsprechend konzentrierte. Dem Augenschein nach hatten sie ihre alten Götter zugunsten der neuen Götter verlassen. Doch diejenigen, die der alten Tradition folgten, wussten, dass sich nur die Namen geändert hatten. Die religiösen Praktiken der Gruppe führte dazu, dass wir Pilgerreisen zu nahegelegenen Heiligtümern machten und manchmal zu einsam gelegenen Plätzen wanderten, die einige Tagesreisen entfernt lagen. Bei diesen Festen fand gewöhnlich ein reger kultureller Austausch zwischen den Teilnehmern statt. Sie tauschten Kräuter und Rezepte aus. Ihre Gespräche drehten sich um die Krankheiten ihrer Patienten und wie sie sie heilten. Bei solchen Festen kam es oft vor, dass man eingeladen wurde, um jemanden zu heilen. Wir wohnten in den Häusern von Teilnehmern dieser Pilgerreisen und wurden wie Verwandte behandelt. Abgesehen vom Besuch christlicher Kirchen nahm uns Don Melchior mit zu den alten Ritualplätzen. Auf diese Weise besuchten wir vermutlich alle archäologischen Bauwerke und Pyramiden von Mexiko. Einmal wanderten wir zwei Tage lang zu einem bescheidenen Altar mitten in der Wüste. Das Heiligtum bestand nur aus einem Haufen Steine, die weit ab von jeder Straße und jeder Stadt lagen. Als wir dort ankamen, hatten sich viele unserer Leute dort versammelt und das Heiligtum war voller Opfergaben. Ich fragte Don Melchior sehr leise, warum die Alten ein Heiligtum hier im Nirgendwo errichtet hatten. Don Melchior antwortete, weil sich hier Energie konzentriert. Ich fragte, was hat es mit diesen Orten auf sich, an denen sich die Energie konzentriert? Er brachte mich mit einer Handbewegung zum Schweigen. Nachdem die Zeremonie beendet war, setzten wir uns auf einige Steine und er beantwortete meine Frage. Du musst wissen, dass die Zauberer der alten Zeit entdeckten, dass die Linien der Welt von Zeit zu Zeit ineinander flossen und Energiewirbel bildeten. Sie sahen, dass sich dies zyklisch ereignete und jedes Jahr stattfand. Sie erstellten eine Karte, in der sie die Orte und die Zeitpunkte dieser Energiekonzentrationen vermerkten. Dieses Wissen liegt dem System der heiligen Wanderungen zugrunde, das bis heute andauert. Diese Wanderungen entlang der heiligen Wege zu den Kraftorten haben sich von der Vergangenheit bis heute erhalten. Bruchstücke dieser alten Sitte gibt es bis zum heutigen Tag in der mexikanischen Bevölkerung. Ohne die Bedeutung zu kennen, wandern sie nach wie vor auf den alten Wegen zu den Kraftorten, Diejenigen, die Jahr für Jahr nach Teotihuacan oder Kitschen Itzta wandern, führen die Tradition der alten Energietracker weiter. Ich musste zugeben, dass ich mich an den Orten immer optimistisch, zufrieden und stark gefühlt hatte, obgleich ich es hasste, auf diese Wanderungen zu gehen. Durch Don Melchors Erklärung verstand ich, warum.